Da der Großteil des Sample Editings über das Arrange-Fenster lediglich werden kann, bietet der Sample Editor ein paar Spezialfunktionen. Dieses Digital-Piano läuft mit 120 Beats per Minute. Importiere ich jetzt ein Audio-File, das 130 Beats per Minute hat. Und kopiere es nun. Klingt das Ganze so. Dem kann sehr schnell Abhilfe geschaffen werden mit Audio-Warp und dem Musikmodus. Vari-Audio ermöglicht Ton und Editing von Monophon und Signal à la Melodyne. Klingt das Ganze so. Klingt das Ganze so.